Herzlich willkommen bei der ersten Lektion des MOOCs im Studium ankommen und in der ersten Lektion geht es darum, an der Uni anzukommen. Was mache ich hier eigentlich? Hier, das ist eine neue Kultur, die universitäre Lebenswelt und entsprechend, wie schon vorher angekündigt, beschäftigt sich diese erste Lektion eben mit Universität. Was heißt es eigentlich, an einer Universität zu studieren und nicht an einer Fachhochschule, nicht eine andere Art der Ausbildung zu machen? Was heißt es aber auch, Studentin zu sein, ins Studierendenleben einzusteigen? Was bedeutet das für Sie und wie lässt sich das mit Ihrem Leben gut vereinbaren? Spannend ist auch, welche Haltung, Mindset ist ein modernes Wort dafür, ist dabei nützlich, in diese neue Lebenswelt, in die Universität einzusteigen. Auch darüber wird es in Lektion 1 einiges Spannendes zu erfahren geben und natürlich werden wir auch ein paar Checklisten für Sie vorbereitet haben, um alle wichtigen Aspekte, die Sie vielleicht brauchen, um sich in dieser neuen Lebenswelt Universität zu orientieren, abhaken zu können.